Berlin, Tag und Nacht, bringt Deo Peggy zurück? Kommt Peggy doch noch einmal zurück? Das zumindest erhofft sich Deo. Der Berlin, Tag und Nacht ab dem heutigen Freitag wieder seine Aufwartung macht. Eigentlich hatte niemand mehr mit seiner Rückkehr gerechnet, doch am 5. Februar taucht Deo trotzdem wieder auf dem BTN-Kiez auf. Sein Plan, zum einen will er sich mit seinem Sohn Janis aussöhnen, der ebenfalls seit Anfang der Woche wieder in der Stadt weilt, zum anderen. So erklärt er Paula und Joe, will er sich auf die Suche nach Peggy machen und sie für sich zurückgewinnen. Berlin, Tag und Nacht, bringt Deo Peggy wieder nach Hause? Joe ist nach dieser Schocknuss völlig durch den Wind, heißt es von Seiten RTL-Sweiß. Joe ist nach dieser Offenbarung so außer sich, dass er beinahe auf sein Bike steigt und losfährt, um Peggy selbst zu suchen. Aber, bislang hatte er Paula gegenüber Emma betont, sie stehe an erster Stelle und er habe mit Peggy längst abgeschlossen. Doch nun klingt es, als koche in Joe geradezu die Eifersucht hoch bei dem Gedanken an seine Ex und Deo. Das wird Paula sicher gar nicht gefallen. Wird Deo Peggy tatsächlich finden? Kommen die beiden gar als Spa zurück zu Berlin, Tag und Nacht? Das erfahren wir demnächst bei RTL-2 und schon vorab bei TVNOW. Untertitelung des ZDF für funk, 2017